Hallihallüchen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Digimon Masters Online Yeah, heute mal wieder hier am Start. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde jetzt ein wenig mal hier erstmal Party suchen und Chicken Combos holen und bla 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 Damit wir auch wieder in Ruhe leveln können. Ja, ich habe ein bisschen wieder was gemacht, wie ihr seht. Ich habe gesagt, Chicken Combos aufgeladen, hier habe ich mir 1300 Stück geholt. Dementsprechend habe ich auch nicht mehr so viel Geld. Ich habe die 25 Coins jetzt endlich eingelöst. Und wie ihr seht, habe ich hier die Furious Claw. Endlich! Das heißt, wir werden uns irgendwann mal zu Kaimon nähern und leveln und halt aufs Burst Modus bringen, was sehr sehr geil ist. Finde ich schon mal super mega geil. Ja, zudem habe ich noch ein paar Games gemacht, also bei Pietmon. Habe gestern zwei Hatchbackups gekriegt. Heißt, ich habe jetzt sechs Hatchbackups und einen Mode-Selektor. Jetzt habe ich neun Mode-Selektoren. Also ich meine, besser kann es momentan gerade gar nicht laufen damit. Also es läuft gerade richtig, richtig gut in diesen Sachen. Ja, ich glaube, das Event ist heute auch nochmal da. Dann kann ich für die heutige Coin, die ich jetzt noch kriegen werde, werde ich mir den Erfolg noch holen. Den Titel, also den Titel, den man noch kriegt, werde ich mir auf jeden Fall holen. Und ich werde, glaube ich, noch meine Flowers verkaufen, auch wenn ich nicht viel dafür kriege. Aber das ist ja auch scheißegal. Hauptsache, die sind weg, weil 300 schaffe ich jetzt eh nicht mehr zu sammeln. Aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ne. Ja, habe jetzt zwar eine kleine Mini-Party hier gefunden, aber ich würde sagen, besser als gar nicht. Ich habe einen 1000er Booster schon drin, da heißt zwei Parts werden auf jeden Fall jetzt aufgenommen. Und auf jeden Fall heute auch noch erscheinen. Ne, meine lieben Freunde, meine lieben Freunde. So ist das ja nicht. Ja, hier schaut euch auch unser Party-King hier, der die Party aufgemacht hat. Sondern ein wenig, ob noch neue Member reinkommen, wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Sonst habe ich da um 16.000er Booster drin und warum digitierst du nicht, mein lieber Freund. Wieso digitierst du nicht? Ist das jetzt gestorben? Das weiß ich jetzt nicht. Nun gut, nun gut. Wie gesagt, Bruglos-Claw, alles ist am Start. Also wir können jetzt eigentlich in Ruhe leveln. Wir haben so viele Sachen zu tun. So, Klamotten haben wir auch noch alle hier. Die man dann durchs Event gekriegt hat. Also ich muss sagen, für mich hat sich das Event echt gelohnt. Und so viele Sachen wieder. Und was nicht alles, als Alphamon hier. Mit Alphamon. Aber ansonsten würde ich mal euch fragen, ob ihr vielleicht, wie ich eigentlich schon in vier meiner Videos erwähnt habe, geht doch mal bitte auf meine Twitter-Page. Und wenn ihr Bock habt, followt mir da. Denn da gibt es immer aktuelle News. Und ein paar, ja, und warum, wenn mal keine Videos kommen, schreibe ich da, warum da keine Videos kommen. Wann, ob Videos kommen, ob ich gerade am Aufnehmen bin. Und ja, wenn ihr halt wisst, wann ich am Aufnehmen bin, dann könnt ihr auch eigentlich dazustoßen. Und dann können wir mal zusammen hier eine Party starten. Und dann wäre das nämlich auf jeden Fall viel, viel leichter, zu leveln, auf jeden Fall. Ich würde mich jetzt verarschen. Ich würde mich jetzt verarschen. Ich würde mich jetzt verarschen. Weil wir ja dann, muss ich nicht so schnell eine Party suchen und ihr auch nicht. Und das ist halt gut. Aber sieht gerade irgendwie schlecht aus mit einer Party, ne? Oder levelt der überhaupt hier diese Scorpio, oder was? Danger Sensor. Jetzt auch nicht, der er questet noch. Das ist ja dann voll kackt. Ist der überhaupt digitiert? Das ist ja auch noch nicht mal digitiert, oder? Naja. Gut. Weil der zieht nichts danach aus. Denn ich möchte auf jeden Fall meinen Tausender Booster jetzt nicht als Verschwendung rausgeben. Party Level 46, 3, 4. Ja, wir könnten Alpha-Mon leveln, aber... So wie es halt... Ich habe keine Joggle-Chips. Nur für Waste. Waste, Waste. Also einmal hier, wisst ihr ja. Wisst ihr ja, kriegt man ja nur... Kriegt man ja da leider nur. Warte mal, ich frage schon mal, ob der überhaupt levelt. Ich weiß nicht mal, ob das richtig geschrieben wird. Leveling. Leveling ist, glaube ich, eh falsch. Sieht voll danach aus, hat der überhaupt nicht levelt. Okay. Naja, auf jeden Fall haben wir 280%. Das heißt, wir haben gleich schon wieder ein Level Up. Okay, was heißt schon wieder? Jetzt unser erstes Level Up in dem Part. Oh, süß. Oh, cool, jawohl. Da haben wir den Nächsten in der Party. Das ist doch sehr gut. So, das hier kommt jetzt Channel 2. Aber warum sind jetzt so viele hier? Verzieht euch doch mal alle. Mein Gott. Ihr geht mir auf den Nerv. Hauptsache, er muss wieder alles hier tanken und war nicht alles mein, mein Gott, ey. Jetzt sind wieder hier die Overpros hier, ey. Diese Leute liebe hier. Und zwar kackt der bestimmt auch noch. Der Lappen. Naja, Wurst. Wurst. So, wann ist das Event jetzt eigentlich Ende? Ich habe gar keinen Plan. Wann? Ich habe keinen Plan, weil ich würde gerne noch bald ein Event-Video machen hier für die Coins. Da gibt es für mich auch noch ein Event. Und dann möchte ich irgendwie da alle mal einlösen. Also 78 Stück, ey. Ho, ho. Wie viel hatte ich noch nie vor den Coins? Hm. Hm, 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 hm. Ah, ich sollte mich mal heilen. Wow. Wow, 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 wow. Man sollte aber schon mal ein bisschen beachten. Alles und nicht einfach nur quatschen und drauf los. Mein Gott, ey. Was geht denn schon wieder ab bei mir, ey. So, jetzt gibt es hier Baller, den mal weg. Hier, komm. Putz, putz. Putz, 55. Geiler Shit. Geiler Shit. So, nächster. Ballern wir so alle weg hier. Bin, 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 bin. Jawolle, Leute hier. So, was haben wir jetzt. Aber warum Level Rookie? Ich verstehe das nicht. So, römer den hier. Chicken Combo und Boom. Ähm, Audi, auch der postet hier auch hier, der mit seinem Cidramon. Bin aber nicht 54, ich bin 55. Hab jetzt gleich schon wieder 10%. Und hier geht's wieder flowern ohne Ende. Ja, ähm, ich würde, mich würde auch gerne mal interessieren, äh, okay, wir sollen 2,1 gehen. Äh. So, äh, mich würde auch gerne mal interessieren, wie ihr das Event genutzt habt. Habt ihr es geschafft, die 25 Coins zu sammeln? Oder was habt ihr mit euren Coins gemacht? Das würde mich gerne mal interessieren. Ob ihr es geschafft habt, die 4 Coins an den Samstagen zu kriegen? Ob ihr euch, ich weiß nicht, ein Omega Sword geholt habt? Omega Blade und so. Das würde mich gerne mal interessieren. Also, ich muss sagen, das Event war eigentlich ein Vollerfolg für mich. Ob es für euch ja da war, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wäre auf jeden Fall richtig cool. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Das Geile ist halt mit der Ausrüstung, mit den Klamotten, die man jetzt kriegt für 30 Tage. Also, es ist alles richtig, richtig schnieke, finde ich. Auf jeden Fall. So, ba-bam. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Und ein UK, die Ecke dropped, sehr gut. Ich liebe diese Musik hier, die ist so geil. Die ist so geil. 23 Prozent. Na komm, wir brauchen noch eine schöne 50er. Alle join mal hier, komm, alle rein. Gut, für jede Flower. Ich versuche die für 4 M-Dart Stück zu verkaufen. Mal gucken, ob ich die wegkriege. Aber ich denke mal schon. So, den haben wir jetzt auch gesiegt. Welche Niveau ist er? 77, ja, läuft bei dir. Mit deinem Eis-Devimon. Nein, hau den noch kaputt. So. Das sieht doch schöner aus. Hier ist der Maschinen-Dramon, habe ich auch noch. Aber, na. Level ich jetzt nicht so extrem. Obwohl ich gehört habe, dass alles gut sein soll, wenn es nicht zu Chaos. Chaos-Dramon, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Weiß ich nicht. So, nächster. Na, doof ist halt, wir sind immer hier. Immer hier. Warum willst du mir helfen? What the fuck? Aber danke. Ist das ein 3-5-Alphamon? Ich werde nicht mehr, ja, ne. Ein 3-4 von 5. Ich könnte schon sagen. Also. 4 von 5-Alphamon. Das ist ganz schön klein, ne. Das ist schon Oriyuken. Ne, das ist nicht Oriyuken. Das ist nur Alphamon. Ja, das ist nur Alphamon. Weil der Oriyuken hat ja noch ein Schwert und so. Und so glänzende Flügel. Und wat die nicht alles haben. Be, 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 be. Wenn wir jetzt mit unserem Gilmon hier battlen. Dann. Hätten wir hier wenigstens noch. Ne richtig geile volle Party. Oh, er ist mal hier. Level. Äh, digitiert mein ich. Watt, Morogmon. Kennenbymon. Ja, ich geh mal zu denen. Ich geh mal lieber da hin und guck mal, was sich da, was da so geht. Was da so geht. Weil ich hoffe, da sind weniger Leute. Okay, hier ist ein. Eurika, Kennenbymon, Kennenbymon. Ja, hier können wir mal bleiben. Baller die mal weg hier. Komm, Bam. Geben wenigstens schön. Äh. Aber die machen Damage, Alter. Damage machen die Viecher. Damage. Aber das ist gut. Hier sind nicht so viele wie bei, äh. Wie bei Rockmon. Was auch richtig gut ist. Weil bei Rockmon waren ja schon wieder viel zu viele, fand ich. Viel zu viele. Viel zu viele. So, nächste hier battleen. Aber weg mit dir. Und einsammeln. Jetzt ist er auch hier. Der soll sich mal verpissen. Ehrlich jetzt mal. Na, dann geh ich jetzt auch wieder weg. Weil dann ist er wieder frei, da, was. Mein Gott, ich geh weg. Extra weg. Damit die nicht kommen, alle. Nee, der kommt wieder, Alter. Nee, aber der kommt wieder. Aber hier ist ja wirklich keiner. Da bin ich wieder bei Rockmon. Mein Gott, was kommt der mir denn? Der Junge, oh. Nee, 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 nee. Das geht aber nicht. So, zehn Level noch, meine lieben Freunde. Dann haben wir Burst Modus hier mit Terriamon. Und das schnicke Burst Modus. Welche Level ist er denn? Der ist hier. Level 65 war der. Oder was war der? Was hilfst du dem denn? Mein Gott. Mein Gott. Sollst ihm nicht helfen. So, nächster hier. Radatz. Radz. 77? Naja, okay. Mal gucken, ob das was wird mit dieser Party hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Ciao. Ciao.